Ja, mein Name ist Markus Heinz und wenn ich an den 1.8.2020 in Berlin zurückdenke, dann denke ich an einen historischen Tag, den ich in meinem Leben so noch nicht miterleben durfte und der innerhalb der letzten fünf Monate meines Erachtens der wichtigste war, weil wir dem Staat an diesem Tag wirklich gezeigt haben, wir lassen uns nicht alles gefallen, wir lassen uns nicht unsere Rechte nehmen und die Menschen haben einfach ihren Protest kundgetan. Die Polizei hat gesagt, wir sollen gehen, wir sind geblieben, wir sind zu Zehntausenden geblieben und ich hätte nicht gedacht, dass wir ein Jahr später immer noch auf die Straße gehen müssen, aber es ist so gekommen und deswegen werde ich auch am 1. August 2021 wieder in Berlin sein und ich lade euch dazu ein, wir müssen alle nach Berlin, wir müssen mehr werden wie am letzten Mal und wir müssen dem Staat weiterhin eine klare Kante zeigen, dass wir mit dem, was momentan passiert, nicht einverstanden sind, deswegen kommt alle am 1. August nach Berlin.